Willkommen aus Saalfelden. Ich bin schon ein bisschen warm gelaufen. Man sieht es vielleicht, ich schwitze schon ganz schön und mein Stepper ist schon eingesteppt, weil ich habe auch eine kleine Easy-Step-Choreo gemacht. Ich werde einen super schnellen Aufbau machen und ich hoffe, ich bin hier nicht ganz die ganze Zeit am stolpern. Ich muss noch ein bisschen die Steine zur Seite. Ich hoffe es klappt, aber vielleicht hast du genau das mal gesucht. Eine kurze, also wir machen trotzdem drei Blöcke, aber eine schnelle Stunde jetzt für dich hier. Atme tief ein und aus. Tief einatmen und ausatmen. Nochmal. Tief ein und aus und aus. Tipp mal Front. Rechts und links. Rechts und links. Ich bin mal gespannt, wie das mit den Steinen hier klappt. Aber ich bin guter Dinge. Nimm die Arme ganz locker mit rechts und links. Ganz easy. Tap. Sehr schön. Kleine Achter. Vier. 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 Zwei. Mal diagonal. Tap. Also falls ich hier mal ausrutschen sollte, das solltest du natürlich nicht nachmachen daheim. Ich glaube auch, dass wir richtig schwitzen werden und ich werde hier richtig schwitzen. Aber dafür sind wir ja genau jetzt hier. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Noch vier. Drei. Zwei. Gib mir mal Tap up. Tap up. Hoch und tief. Auf und ab. Super. Richtig schön. Auch hier die Hüfte strecken. Auf und ab. Nimm die Arme vor und rück. Bleib dabei. Versuch den ganzen Fuß auf den Stepper zu nehmen und die Zehenspitze hinten anzutippen. Auch hier nicht zu weit weg vom Step. Super wichtig. Hopp. Bin mal gespannt, ob wir die ganze Zeit hier alleine bleiben. Gut. Nimm mal die Arme. Nach oben mit. Komm wieder tief. Hoch und tief. Richtig schön lang. Lang. Hopp. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Noch vier. Drei. Zwei. Bei rechts und links im Wechsel lang strecken. Mach dich lang. Mach dich lang. Hup. Zack. Noch acht. Noch acht. Sieben. Sechs. Fünf. Noch vier. Drei. Zwei. Gib mir mal einen Kneelift. Komm hoch. Kneelift. Noch mal einen Kneelift. So. Wir starten jetzt gleich durch mit unserem ersten Block. Wir machen gar nicht lange Warm Up. Vier. Drei. Gib mir Repeater drei. Drei. Zwei. Eins. Noch mal. Repeat drei. Bleib dabei. Hopp. Ich werde den Repeater ein bisschen verändern. Du bleibst bei dem, was du kannst. Hopp. Nochmal. Hopp. Tief. Ich komme auch gleich wieder zu dir, dass du es besser sehen kannst. Oben. Unten. Oben. 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 Unten. Oben. Hopp. Zack. Top up. Ich komme jetzt zu dir. Eine Runde. Und dann machen wir hier zusammen den Elvis. Noch vier. Noch drei. Vier. Drei. Let's go. Kneelift. 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 Ich bin Gottfroh, dass ich hier ein paar Lüftchen habe. Nochmal. Kneel. Elvis. Knee. Elvis. Gibt mir noch einen davon. Knee. Elvis. Knee. Basic. Wir werden nicht ganz so viel aufbauen heute. Tap up. Nochmal. Knee. Elvis. Knee. Elvis. Knee. Basic. Rechts. 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 Drei. Tap up. Uiuiui. Fast über meine Füße gestolpert hier. Nochmal. Knee. Elvis. Knee. Zwei. Und dann bleib mal. Tap front. Tip. 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 Tap up. Vier. Drei. Nochmal. knee. Knee. Elvis. Elvis. Knee. Und basic. Tip front. Zack. Tap up. Go. Tap. Elvis. Knee. Basic. Tip front. Und hier werden wir mal ein bisschen diagonaler. Tap up. Let's go. Tap. Basic. Basic. Tap. Schneller Aufbau heute. Tap up. Das machen wir nochmal. Let's go. Knee. Elvis. Knee. Basic. Der Basic wird jetzt gleich zum Lunch. Diagonal tap. Tap up. Vier. Drei. Nochmal. Let's go. Knee. Elvis. Knee. Komm hoch. Tip links. Tipp rechts. Und hier diagonal tap. Tap up. So delay. Knee Elvis. Knee. Elvis. Knee. Let's go. Komm hoch. Land. Rechts und links. Tipp diagonal. Tap up. Jetzt habe ich hier den Stein rausgehauen. Let's go. Hopp. Ist zwar schön hier, aber birgt Herausforderungen, die man daheim nicht hat. Diagonal. Hopp. Tap up. Wunderbar. Letztes Mal nochmal. Mehr ist es nicht. Das ist Block eins. So schnell. Tipp. Tipp. Diagonal. Tap up. So delay. Nochmal. Auf rechts. Hopp. Komm hoch. Wenn du möchtest, nimm die Arme mit. Schwitz schon. Mach nichts. Beim Sport darf man schwitzen. Tap up. Vier. Drei. Nochmal. Knee. Elvis. Knee. Und hier komm hoch. Merk dir. Block eins. Diagonal. Tap up. Das machen wir nochmal. Einmal noch. Oben. Unten. Oben. Komm hoch. Tap. 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 Diagonal. Tap up. Sehr gut. Bleib im Tap up. Block Nummer eins hast du geschafft. Wir machen keine Pause. Wie gesagt, wir machen schnell einen Easy Step. Vielleicht hast du mal nicht so viel Zeit. Wir starten hier mit dem Basic. Komm mal hoch. Basic. Basic. Gib mir Repeater 3. Tap up. Basic. Auf rechts. Rechts, links. Rechts, links. Rechts, links. Repeater 3. Tap up. Und nochmal. Basic. Hoch. Hoch. Tief. Hoch. Tief. Tief. Repeater 3. Und tap up. Gut. Bleib mal bei deinen Basics. Basic. 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 Aus Nine. One. 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 Was你再 Apropици. scal Musik. One. Two. One. 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 dieぉ. One. das brauchen wir. Genau das. Nochmal basic. Knee. Und basic. Tap up. Vier. Drei. Nochmal. Basic. Ui. Basic. Knee lift. Und basic. Tap up. Kleine Änderung. Der letzte ist ein We-Step. Vier Stück. Vier. Drei. Drei. Nei. Knee lift. We-Step. Tap up. Sodele. Vier basic. Für dich. Knee lift. We-Step. Tap up. So. Ich brauche zwei basic. Zwei mambo. Zwei basic. Zwei mambo. Trittseck. Wiege. Schritt. Wiege. Schritt. Knee lift. We-Step. Tap up. Yes. And go. Basic. Ich wollte Drehungen einbauen, aber ich mache hier mal langsam. Knee lift. We-Step. Mein Untergrund ist nicht ganz so stabil. Ich zeig's dir trotzdem mal. Basic. Basic. Mambo. Wenn du möchtest, kannst du hier ein Pivot. Dreh dich. Knee lift. Und we-Step. Tap up. Ich komme mal zu dir. So. Basic. Basic. Mambo. Und dreh dich. Knee lift. We-Step. Tap up. Vier. Drei. Nochmal. Let's go. Basic. Mambo. Pivot. Knee lift. Und we-Step. Tap up. So. Sehr schön. Nochmal basic. Die verändern wir jetzt noch. Mambo. Wenn du möchtest, dreh dich. Die lift. We-Step. Tap up. So. Bleib mal im Tap. Wir machen aus den zwei basic. Das ist eine Six-Count-March. Und in den March darfst du richtig weit marschieren. Dann ist es ein bisschen klarer, auch vom Ablauf. Vier. Drei. Six. Push. 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 Marchier. Mambo. Knee lift. Und we-Step. Tap up. Okay. Six. Ein. Push. Push. Mach dich groß. Mambo. Wenn du möchtest, dreh dich. Knie. We-Step. Tap up. Nochmal. Six. Push. Push. Mambo. Knee lift. We-Step. Tap up. Vier. Drei. Nochmal. Genau so. Six. Mambo. On-Knee lift. We-Step. Tap up. So. Tap up. Wir haben Block Nummer 1 und Block Nummer 2. Wie gesagt, relativ schnell. Die zwei setzen wir jetzt mal zusammen. Wir starten. Wir starten mit Nummer 1. Mit unserem Elvis. Lunge. Und ein Tap. Vier. Drei. Let's go. Knee. Elvis. Knee. Komm hoch. Lunge. Diagonal tap. Vier. Tap up. Nochmal. Knee Elvis. Lunge. Lunge. Diagonal tap. Tap up. Vier. Drei. Drei. Zwei. Oh. Nochmal. Das war Block 1. Hopp. Hopp. Tap. Diagonal. Vier. Tap up. Let's go. Knee. Elvis. Knee. Lunge. Diagonal. Diagonal. Vier. Tap up. Nummer 2. Six. Push. 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 Mambo. Dreh dich. Knee lift. We-Step. Tap up. Vier. Drei. Nochmal. Six. Mambo. Dreh dich. Knie. Und we-Step. Tap up. Sehr schön. Ganz kurze 16. Dann machen wir noch. Und dann sind wir schon bereit. Dann haben wir schon alles beieinander. Und es geht relativ zackig. Deswegen auch schneller Aufbau. Ist zwar eine leichte Choreo, aber dadurch ein bisschen schwieriger. Gib mir Repeater 3. Nochmal. Repeater 3. Knee. Push. Push. Tap. Und tap. Knee. Knee. Push. Push. Tap up. Nochmal. Komm hoch. Knee. Push auf den Boden. Zweimal. Tap. Und tap. Nochmal. Knee. Push. Push. Und tap. Tap up. Ich komm mal zu dir. Bleib dabei. Knee. Push. Push. Tap up. Let's go. Knee. Push. Push. Tap up. So. Wir bleiben beim Knee. Push. Push. Und hier. Knee lift. Knee lift. Nochmal. Push. Push. Knee lift. Und knee lift. Nochmal. Die knee lift verändern wir in ein Tatscha. Pass auf. Tatscha. Hier. Und Tatscha. Da. Knee. Push. Dreh dich wieder zurück. Tatscha. Hier. Und Tatscha. Da. Nochmal. Knee. Push. Tatscha. Und Tatscha. Tap up. Eins. Zwei. Und Drei. Schon geschafft. Wir werden jetzt Block Nummer 1, 2 und 3 zusammen machen. Und dann. Tap up raus. Dann Finale. Vier. Drei. Knee. Elvis. Komm hoch. Lloop. Tipp, 4, tap ab, nochmal, knee Elvis, lunge, tipp, 4, tap ab, nochmal, und zwar 6, Nummer 2, Mambo, wenn du möchtest, pivot, knee lift, we step, tap ab, 6, Nummer 2, go, hop, wenn du möchtest, dreh dich, knee lift, we step, tap ab, 4, Nummer 3, knee, 2 pushboden, tcha tcha, und tcha tcha, tap ab, wir hauen die tap ups raus, alle weg, noch, 4, noch 3, 4, 3, knee Elvis, lunge, tipp diagonal, 4, knee Elvis, lunge, tipp diagonal, 6, push, Mambo, knee lift, we step, nochmal 6, push, Mambo, knee lift, we step, Nummer 3, knee, push, tcha tcha, bam bam bam, und, nochmal, knee, tcha tcha tcha, und tcha tcha, tap ab, wir sind schon bereit für das Finale, wir schneiden, und zwar, Nummer 1 auf rechts, Nummer 2 auf links, bestimmt kennst du es schon, 1, 2, 3, 3, let's go, knee Elvis, lunge, tcha tcha, tap, 6, push, mambo, knee lift, we step, Nummer 3, knee push, 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 und tcha tcha, nochmal, Nummer 1, knee Elvis, oh, wie gut einfach dieser Wind tut, we step, 6, Nummer 2, push, push, mambo, knee, und we step, Nummer 3, Nummer 3, und tcha tcha, nochmal tcha tcha, tap ab, ich komm zu dir, mach es nochmal mit dem Rücken zu dir, und dann sind wir schon durch, wenn du mehr Finale möchtest, spul nochmal zurück, 4, 3, let's go, knee Elvis, knee, lunge, diagonal, tap, 6, mambo, knee, only step, knee, 2, push, 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 tcha tcha, let's go, tap, zack, on tap, 6, mambo, o try, come on, do what your business, gap, push, ton two, push, push, side tcha, long, toes, Afghanistan, tap, we step, came on, toes, come on, pos, step, come raus, knee, swap, push, push, tcha, and touch, chacha, einmal Cancer, clap, punt, non, holder bag, come on, tap, decía, come on, Pos, team, push, come on, channel, einmal, mal make it, come on, noch, school, come on, e,cks, come on, might, come on, mach, come on, elbows, knee, lunge, lunge, diagonal, glancing, channel, fotografria, Mambo, wenn du möchtest, zieh die Drehung, Knie lift, we sit, and go, knee, push, chachna, chachna, nochmal, letztes Mal. Hopp, hopp, six, knee lift, we step, Nummer drei, knee, push, und Schlussrose. Geschafft, 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 einen ganz schnellen Quickie sozusagen, Quickie-Step. Falls du jetzt noch einen Cooldown möchtest, dann schicke ich dir hier oben eine Infokarte rein, bzw. unten in der Beschreibung kannst du noch einen Cooldown lesen. Ansonsten komm nochmal hinter deinen Step, atme tief ein und aus. Ich habe reichlich geschwitzt, ich glaube, man sieht es, aber das gehört dazu, wie gesagt, einatmen. Und ausatmen, nochmal. Locker dich. Und dann hast du es geschafft, vielen, vielen Dank für dein Mitmachen und natürlich würde ich mich über einen Kommentar freuen, als auch einen Daumen hoch. Ganz liebe Grüße aus Saalfelden von einer schönen Fitnesswoche hier. Und ich habe gedacht, ich nutze das schöne Wetter und meine Freizeit, um nochmal für euch ein Video in Österreich zu drehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.